Zahnfleischerkrankungen gehören zu den haufigsten Mundgesundheitsproblemen, die Menschen jeden Alters betreffen, kann ihn. Eine gesunde Mundhygiene spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Zahnfleischerkrankungen. Aber was passiert eigentlich im Mund, wenn das Zahnfleisch in Zahnviertel endet ist und wie kann ihn Zahnerärzte diese Erkrankungen behandeln? In diesem Video werden wir uns mit der Wissenschaft hinter der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen befassen und die verschiedenen Verfahren und Methoden erklären, die von Zahnerärzten angewendet werden, um diese Erkrankungen zu behandeln. 1. Ursachen von Zahnfleischerkrankungen Zahnfleischerkrankungen werden durch bakterielle Infektionen verursacht, die zu Enza-1-Viertel-Endungen im Zahnfleischgewebe FA-1-Viertel renn kann ihn. Zu den haufigsten Ursachen von Zahnfleischerkrankungen Gehaaren, unzureichende Mundhygiene, Rauchen, genetische Veranlagung, hormonelle Währendierungen und bestimmte medizinische Bedingungen wie Diabetes. Wenn Zahnfleischerkrankungen nicht behandelt werden, kann ihn sie zu schwerwiegenden Problemen wie Zahnverlust FA-1-Viertel renn. 2. Diagnose von Zahnfleischerkrankungen Um Zahnfleischerkrankungen zu diagnostizieren, FA-1-Viertel-HRT der Zahnarzt eine GA-1-Viertel-Endliche Untersuchung des Mundes durch, bei der er das Zahnfleisch auf Anzeichen von Enza-1-Viertel-Endungen, Blutungen und Ra-1-Viertel-CKG untersucht. Da Ra-1-Viertel-BER hinaus kann ihn spezielle Tests wie die Messung der Zahnfleischtaschentiefe und Ra-Entgehenaufnahmen durch Gefahr-1-Viertel-HRT werden, um den Schweregrad der Erkrankung zu bestimmen. 3. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen HNGT vom Schweregrad der Erkrankung ab In den Fra-1-Viertel-Hen-Stadien kann in Zahnfleischerkrankungen durch eine GA-1-Viertel-Endliche Reinigung und eine verbesserte Mundhygiene kontrolliert werden. In fortgeschritteneren FA-Len kann ihn jedoch spezielle Verfahren und Methoden erforderlich sein. Zu den gängigsten Behandlungsmethoden GHREN Professionelle Zahnreinigung Bei einer professionellen Zahnreinigung entfernt der Zahnarzt Plack und Zahnstein von den Zahninen und unter dem Zahnfleischrand, um die Enza-1-Viertel-Dung zu reduzieren und das Zahnfleischgewebe zu gesunden. Skilling und Wurzelglattung Bei diesem Verfahren werden Plack und Zahnstein von den Zahninen und den Wurzeloberflatschen entfernt, um die Bildung von Zahnfleischtaschen zu reduzieren und die Heilung des Zahnfleisches zu FAR-N. Chirurgische Behandlungen In schweren FA-Len von Zahnfleischerkrankungen kann ihn chirurgische Eingriffe erforderlich sein, um das gescherdichte Gewebe zu entfernen und das Zahnfleischgewebe wiederherzustellen. Antibiotikatherapie In einigen FA-Len kann ihn Antibiotika verschrieben werden, um bakterielle Infektionen zu BK-Impfen und die Heilung des Zahnfleisches zu unterster 1 Viertel 10. 4. Prävention von Zahnfleischerkrankungen Um Zahnfleischerkrankungen zu vermeiden, ist eine regelma-eige und GAA 1 Viertel endliche Mundhygiene unerlasslich. Dazu GHRT das tagliche ZA-Niputzen und die Verwendung von Zahnseide, um Plack und Bakterien zu entfernen. Da RA 1 Viertel BER hinaus ist es wichtig, regelma-eige Zahnarztbesuche FA 1 Viertel er professionelle Zahnreinigungen und Untersuchungen wahrzunehmen, um Zahnfleischerkrankungen fra 1 Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen eine Kombination aus GAA 1 Viertel endlicher Mundhygiene, professioneller Zahnreinigung und gegebenenfalls speziellen Verfahren und Methoden erfordert. Indem Sie sich A 1 Viertel BER die Ursachen von Zahnfleischerkrankungen informieren und rechtzeitig eine Diagnose und Behandlung bei Ihrem Zahnarzt erhalten, kann Ihnen Sie dazu beitragen, die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu erhalten und schwerwiegende Probleme wie Zahnverlust zu vermeiden. Denken Sie daran, dass Prävention der Schla 1 Viertel SSL zur langfristigen Mundgesundheit ist.